Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 4140. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Wir sind auf ein kleines Problem gestoßen. Vielleicht kannst du es lösen. Wir sind auf ein kleines Problem gestoßen. Vielleicht kannst du es lösen. Ich würde das niemals tun. Das kannst du mir glauben. Ich würde das niemals tun. Das kannst du mir glauben. Ich würde das niemals tun. Das kannst du mir glauben. Wir bereiten uns in der Unibibliothek auf die nächste Prüfung vor. Wir bereiten uns in der Unibibliothek auf die nächste Prüfung vor. Stimmt es wirklich? Ich war so erschrocken, als ich das hörte. Stimmt es wirklich? Ich war so erschrocken, als ich das hörte. Stimmt es wirklich? Ich war so erschrocken, als ich das hörte. Fred hat mir diese Blumen geschenkt. Weißt du, wie sie heißen? Fred hat mir diese Blumen geschenkt. Weißt du, wie sie heißen? Fred hat mir diese Blumen geschenkt. Weißt du, wie sie heißen? Das Müsli reicht nicht mehr bis morgen. Ich muss auch Marmelade und Zucker kaufen. Fehlts sonst noch etwas? Das Müsli reicht nicht mehr bis morgen. Ich muss auch Marmelade und Zucker kaufen. Fehlts sonst noch etwas? Das Müsli reicht nicht mehr bis morgen. Ich muss auch Marmelade und Zucker kaufen. Abends lesen wir gemeinsam ein Buch und sprechen anschließend über das Gelesene. Abends lesen wir gemeinsam ein Buch und sprechen anschließend über das Gelesene. Hast du heute Abend Zeit? Ich lade dich zu meiner Party ein. Hast du heute Abend Zeit? Ich lade dich zu meiner Party ein. Ich reinige nur noch eben die Arbeitsplatte in der Küche. Danach komme ich zu dir. Ich reinige nur noch eben die Arbeitsplatte in der Küche. Danach komme ich zu dir. Jetzt kommen einige Wiederholungen. Ohne eine regelmäßige Flüssigkeitszufuhr kann unser Körper nicht funktionieren. Ohne eine regelmäßige Flüssigkeitszufuhr kann unser Körper nicht funktionieren. Ohne eine regelmäßige Flüssigkeitszufuhr kann unser Körper nicht funktionieren. Alle Mitarbeiter leiten abwechselnd das Meeting. So hat jeder die Möglichkeit, vor der Gruppe zu sprechen. Ich mache in letzter Zeit zu viele Überstunden und schlafe dann am Schreibtisch ein. In Sachen Internet kann ich noch viel von meiner Tochter lernen. Sie weiß einfach mehr als ich. In Sachen Internet kann ich noch viel von meiner Tochter lernen. Sie weiß einfach mehr als ich. Ich arbeite mit Holz. Daraus kann man viele Dinge herstellen. Ich arbeite mit Holz. Daraus kann man viele Dinge herstellen. Worüber denkst du nach? Kann ich dir helfen? Worüber denkst du nach? Kann ich dir helfen? Ich wurde vor 60 Jahren im ersten Stock dieses Hauses geboren. Die Luftreiniger für die Klassenzimmer sind endlich da. Die Luftreiniger für die Klassenzimmer sind endlich da. Die Luftreiniger für die Klassenzimmer sind endlich da. Ich übe für eine Aufführung im Theater. Ich übe für eine Aufführung im Theater. Ich übe für eine Aufführung im Theater. Wir tauschen noch weitere Informationen aus. Dann muss Regina wieder arbeiten. Wir tauschen noch weitere Informationen aus. Dann muss Regina wieder arbeiten. Auf Lenas Geschäftssinn kann ich mich immer verlassen. Sie arbeitet konzentriert und zielgerichtet. Auf Lenas Geschäftssinn kann ich mich immer verlassen. Sie arbeitet konzentriert und zielgerichtet. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. und gib uns bitte ein Like. und gib uns die Klassenzimmer. Die Luftreiniger für die Klassenzimmer. Aktiviert wird, die Klassenzimmer und Klassenzimmer werden. Ich habe viele Klassenzimmer. Vielen Dank.